Run, run, run Genau, und jetzt wieder zurück Ja, ich steck fest Hi Hi Ja, nein, nein, Katana Verdammte Scheiße Oh oh Ich muss mich denn verpissen So Das sind jetzt nämlich mehrere Captains Sehr viel mehr Hi Doppel Du hast auch mehr Hi Ich muss mich schnell verpissen Sonst bin ich meinen Captain schnell los Oh, ich hab irgendjemanden gekillt Oh oh, Free Slacks Free Slacks Genau Oh oh, das war Buggy Scheiße Und der letzte Captain Verpisst sich wahrscheinlich wieder Oh 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 Lose? Ist der letzte Captain gestorben oder was? Ja, er ist gestorben Das war leider nicht so gut Ich muss lernen Mit Dings umzugehen Mit zwei Ich muss die ganze Zeit mit rennen Ich bin am schnellsten Mit zwei Damit kommst du nicht Mein Freund Ich be- Ich begebe mich mal einfach hier hin Boom, boom Und jetzt war ich gerade auf mir Ach ja Meine OS Vergangenheit Nichts übersehen Oh, kein erwischt Wow Kaboom Mein Kill Oh oh Wo sind sie? Ich seh niemanden Äh, die haben noch zwei Captains Gehst du weg? Gehst du weg? Danke Wo sind sie? Ich seh sie nicht Das ist aber auch ein Scheiß hier Ah Jetzt muss ich aber Spam hier Es gibt so Leute Wo ist denn der? Ist er tot? Ja, tatsächlich Ah, verdammt Wieso wird mich nicht runtergefallen? Komm Wo ist denn der? Wo ist der? Ach, da ist er Goddammit Wo ist denn der? Die Kokosnuss war das, oder? Hey Geht Geht mir vom Leib Okay, ich muss auch abhauen Wuhu Nein Nein Ah Ich war der letzte Captain Okay, das hat sich erledigt Na, wartet Wir werden nicht verlieren Oh, wir werden verlieren Steht 4 zu 0 irgendwie Er meint uns Nicht euch Na komm 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 Flieg raus Verdammt, er kann auch Kämpfen Brauchen Du hast mir Genau Na, fängst du an Weg zu raufen, oder was? Nein, nein, nein Ich will mich retten Danke Hui Ähm, ja Das war ein Fail, würde ich sagen Aber ich will es mir auch ehrlich gesagt Leid dem Captain die ganze Zeit In der Herzenrenne Obwohl es sowieso 1-1 steht Oh mein Gott Der ist ja gar nicht tot Willst du mich verkack eiern Wo ist der Wo ist der Captain Rush Da ist er Ach Meine Güte Okay, das war ein Lose Ganz einfach, weil Die anderen mehr HP hatten Wahrscheinlich Und die Runde ist schon vorbei Wow So Ich würde mal fast behaupten Das war's Ähm Ja Mein Sprecherplatz Neigt sich wieder dem Ende zu Aber eineinhalb Stunden Sind ja auch eigentlich Doch Genug Und Starfox Bitte Maul halten So Ähm Ich müsste Damit ich beim nächsten Mal Nichts einstellen muss So Du stellst Dich etwas runter Genau So Äh Damit es beim nächsten Mal Nicht so laut ist Auf jeden Fall Würde ich mal fast behaupten Das Set ist zu Ende Aber wie gesagt Eineinhalb Stunden sind doch Eineinhalb Stunden sind doch Ein wenig genug Also wenn man mal nach meiner Part Einteilung rechnet Dann kommen da schon 6-7 Folgen raus Und Wir neigen uns auch übrigens Dem Hundertsten Deiner hundesten Folge zu Und wie gesagt Das habe ich ja schon erwähnt Wir machen zur hundertsten Folge Am besten ein Tutorial Ein allgemeines Tutorial Und Wir sehen uns dann eben Beim nächsten Set Und Denkt dran Liked mich auf Facebook Liked meine Videos Wenn ihr es Wenn es euch gefallen hat Und Wie gesagt Abonnieren Und favorisieren Aber nur wenn ihr es wollt Das ist mein Motto Und mein Spruch Und was auch immer Auf jeden Fall Sehen wir uns beim nächsten Mal Ich bin XS1 Und Ähm Ich sage See ya Es war ein Witz Beim letzten Mal Habe ich vergessen Wie man es hier ausspricht Auf jeden Fall Tschüss